F0 und F1. Die erste Frage lautet, ich demonstriere hiermit die Vereinfachung. Also ich plädiere dringend dafür, dass man aus dem Stoff, den man direkt lernt, ein ganz einfaches Multiple-Choice-Schema macht. Das bedeutet, ich habe eine Begrifflichkeit, dann schreibe ich dahinter Doppelpunkt, also Begrifflichkeit, was auch immer das ist, also ein Krankheits- oder Störungsphänomen und danach eben fünf Alternativen, von denen beliebig viele richtig oder falsch sein können. Und entsprechend, also eins kann richtig sein, drei können falsch sein, so weiter, beliebige Kombinationen von richtig und falsch, damit der Wiedererkennungswert entsteht. Und die erste Frage lautet, Benommenheit ist, wenn du das jetzt also hörst, dann schreibst du das Stichwort auf, Benommenheit, dann kommen die Alternativen, Bewusstseinsverschiebung, dann kannst du jetzt anhalten und Stopp machen, dann der nächste Ausdruck, Bewusstseinsausbreitung, Stopp machen, leichte Schläfrigkeit, Stopp machen, Verlangsamung von Denken und Handeln, Stopp, und die Bewusstseinseinengung und Stopp. Also sich die Zeit nehmen, tatsächlich diese Begrifflichkeiten aufzuschreiben und darüber zu reflektieren im Wiedererkennungsverfahren von dem, was du gelernt hast, stimmt das oder stimmt das nicht. Also nochmal, Benommenheit ist eine Bewusstseinsverschiebung, da gucken wir vielleicht in der Lerntabelle nach, was ist es denn, eine Bewusstseinsverschiebung, haben wir eigentlich noch nicht gehört, ist also falsch. Eine Bewusstseinsausbreitung, auch falsch. Eine Bewusstseinsverschiebung und Bewusstseinsausbreitung ist eher etwas Qualitatives. Wir können ja immer wieder unterscheiden, zwei Bereiche, einmal oder sehr häufig in quantitativ und in qualitativ. Und dann könnte das etwas Qualitatives sein. Dritte Alternative, leichte Schläfrigkeit. Das ist Benommenheit. Jeder von uns ist immer wieder benommen. Nicht leicht, schläfrig, wenn man sehr müde ist, wenn man gestresst war und dann schläfrig ist oder die natürliche Schläfrigkeit hat. Verlangsamung von Denken und Handeln. Natürlich das auch, Verlangsamung von Denken und Handeln, weil wenn man benommen ist, dann ist Denken und Handeln eher langsamer. Und eine Bewusstseinseinengung, das ist so die Frage, da überlegt man vielleicht und dann ist es so die Frage, ist es quantitativ gestört oder qualitativ gestört. Und tatsächlich, wenn wir recherchieren und nachgucken, sofort also nachgucken, dann ist es tatsächlich eine Bewusstseinseinengung. Also etwas sehr Einfaches von der Vorgehensweise. Wenn man sich das selber aufschreibt oder in sein Smartphone schreibt oder in den Computer schreibt, ist es vollkommen egal. Hauptsache man hat ein einfaches Instrument, in dem man auf diese Art und Weise tatsächlich selber Fragen konstruieren kann. Dann die nächste Frage. Es geht um den Begriff Bewusstseinstrübung. Bewusstseinstrübung, ist das entweder qualitativ oder quantitativ? Fragst du dich jetzt schon? Dann die fünf Alternativen. Bewusstseinstrübung ist Sopor? Stopp. Präkoma? Stopp. Mangelnde Klarheit des Erlebten? Stopp. Verwirrung? Stopp. Endet meist komatös? Stopp. Also hier das noch anspulen und du schreibst das auf, überlegst kurz, bevor die Antwort natürlich kommt. Sonst bringst du dich ja selber um die Kreativität, deine eigene Kreativität, wenn du dem jetzt hier vollkommen folgen würdest, was ich dann so mache. Du kannst natürlich auflösen dann und dann auch sehen, anhand des Podcastes, ist das richtig oder falsch. Nochmal. Bewusstseinstrübung ist Sopor? Nein, weil Sopor ist eine quantitative Bewusstseinsstörung, also ein tieferer Zustand von, also schlimmer als diese Benommenheit, die Schläfrigkeit. Schon ein tieferer Zustand. Präkoma? Nein, das ist es auch nicht, das wäre zu viel. Das ist dann schon ein ziemlich starker Zustand, den wir da hätten. Nicht ein Sopor, tiefer, schlafähnlicher Zustand, nur durch entsprechend tatsächlich starke Reize weckbar, ein tiefer, schlafähnlicher Zustand. Das wäre es entsprechend, das wäre Sopor. Oder eben Koma mit dem Präkoma und den Möglichkeiten. Das kann es also dann nicht sein. Und die mangelnde Klarheit des Erlebens ist die dritte Alternative. Tatsächlich ja, die mangelnde Klarheit des Erlebten. Die Klarheit, die Bewusstseinsklarheit, dass man den Sinn erfährt, dass es Sinn macht, dass es eine gewisse Logik hat. Desgleichen der Begriff, der richtig ist, Verwirrung, es ist ein Verwirrtheitszustand. Das ist eine Bewusstseinstrübung. Und dann wiederum falsch, endet meist komatös. Das hat jetzt nichts mit quantitativen Bewusstseinszuständen zu tun, wie Koma, Präkoma und so weiter, sondern es ist ja ein qualitativer Inhalt. Also die mangelnde Klarheit des Erlebten und die Verwirrung. Alle anderen sind falsch, denn die sind keine Bewusstseinstrübung. Die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen, also auch aus der Lerntabelle heraus, von dem Buch, das ich empfehle, also diesen zum Beispiel Dieterich. Das ist ein interessantes Buch, in dem man, das man als roten Faden nehmen kann. Und das ist die Frage nach der örtlichen Desorientiertheit. Wir haben Orientierungsstörungen, die kommen gleich nach den Bewusstseinsstörungen. Und da gibt es das Schema ZOSP, also Desorientiertheit zur Zeit, zum Ort, zur Situation und zur Person. Die sind natürlich in der Gradation stärker werden. Wenn man zur Person desorientiert ist, ist das viel schlimmer, als wenn man nur zur Zeit desorientiert ist. Jeder von uns kann sich nicht sofort orientieren, in der Art, dass er sagt, ich ist jetzt halb drei oder halb vier nachmittags. Aber immerhin weiß ich, es ist Nachmittag eine schlimmere Störung, und zur Zeit wäre dann schon das Nachmittag und ich denke, es ist mitten in der Nacht. Also das ist untereinander dann nochmal graduell unterschiedlich. Also die Frage nach örtlicher Desorientiertheit. Erstens. Neue Orte, die man noch nicht kennt. Stopp. Fremde Länder. Stopp. Kommt bei Elementarstörungen vor. Stopp. Entsteht besonders bei schweren Störungen wie fortgeschrittener Demenz. Stopp. Verschwindet meist nach kurzer Zeit. Stopp. Was ist die örtliche Desorientiertheit jetzt? Die Auflösung dazu. Aber bitte arbeitet dran. Das ist ganz wichtig. Sonst boykottiert man sich selber und macht sich selber was vor. Also eine örtliche Desorientiertheit. Sind neue Orte, die man noch nicht kennt? Nein, das ist keine örtliche Desorientiertheit. Das ist was vollkommen Normales. Deswegen brauchen wir auch alle Navigationssysteme oder fragen uns durch und all das. Und man braucht natürlich eine gewisse Zeit, um einen Ort zu erkennen, eine Straße zu erkennen, wo man hinkommt. Und dann hat man das Intus nach mehr oder minder Übung und weiß das dann entsprechend. Das Gleiche, eine örtliche Desorientiertheit, sind auch nicht fremde Länder, denn das ist ganz normal, dass wenn denen zunächst mal fremd orientiert sind. Also das kommt einem schon nach einer gewissen Zeit, wenn man mit Multiple Choice arbeitet, vor. Mein Gott, ja, das ist aber ziemlich abstrus, wie das schon klingt und konstruiert ist. Dann die dritte Alternative kommt bei Elementarstörungen vor. Das ist eine typische Elementarstörung, die Orientierungsstörungen. Viertens, entsteht besonders bei schweren Störungen wie fortgeschrittener Demenz. Das ist vollkommen richtig. Bei schweren Störungen sind Orientierungsstörungen sehr ausgeprägt. Und fünftens, verschwindet meist nach kurzer Zeit, das kann zwar sein, das kann man nicht vollkommen ausschließen, aber es ist eben doch zu lapidar, verschwindet meist nach kurzer Zeit und ist die Orientierungsstörung weg. Sondern sie ist immer wiederkehrend, manchmal sogar länger anhaltend. Also das zu dieser Frage, zu dieser konstruierten Multiple Choice Frage. Wie gesagt, anhand der Lerntabellen in diesem Buch oder auch anderer Lerntabellen, das ist vollkommen okay. Ich favorisiere tatsächlich, dass man sich auf ein Buch dann spezialisiert, was nicht heißt, dass man auch dann und wann selber nochmal eine Internetrecherche vornimmt oder ein anderes Lehrbuch nimmt und sich mit diesen anderen Lehrbüchern auseinandersetzt. Die nächste Frage ist, auch hier immer noch Bereich Elementarstörungen, die wie gesagt im ICD-10 oder 11 nicht aufgeführt sind. Das ist so eine typische Quelle des triadischen Systems, etwas sehr Wichtiges, gerade für die Orientierung, für das Abchecken sämtlicher Symptomatiken, Grundsymptomatiken, wie gesagt Elementarstörungen oder allgemeiner Psychopathologie, die es gibt und daraus rekrutieren sich dann die spezifischen Krankheitsbilder. Hier wird gefragt, auch immer wieder fünf Alternativen, Wahn ist, Doppelpunkt, eine schwere inhaltliche Denkstörung, Stopp, geht auch mit Wahnideen und Wahneinfällen einher, Stopp, kann unterschiedliche Wahnthemen haben, Stopp, kann eigen- und fremdgefährdend sein, Stopp, ist ein sicheres Zeichen einer Psychose, Stopp. Die wichtige Definition von Wahn, Wahn ist eine sehr eklatante, maximale psychotische Störung, also ein vollkommen falsches, inhaltliches Denken, mit tatsächlich dieser Überzeugung, davon Recht zu haben, Recht zu haben, in Wirklichkeit ist es falsch, nach der Konvention und nach der Beurteilung anderer Menschen, nicht nur des Psychiaters oder des Psychotherapeuten, sondern es ist eine falsche, unkorrigierbare, auf dem Höhepunkt unkorrigierbare Wahnwahrnehmung, an der man festhält. Und gerade weil sie eben implizit oder unterbewusst auch als falsch empfunden wird von dem Betreffenden, hält man trotzdem daran fest, weil es ist die Wahrheit, die einfach noch trägt, um das mal schlichtweg so zu sagen. Und insofern, Wahn ist eine schwere, inhaltliche Denkstörung. Wir unterscheiden ja formale und inhaltliche Denkstörungen. Und hier eine schwere, inhaltliche Denkstörung. Zweitens, geht auch mit Wahnideen und Wahneinfällen einher? Natürlich. Es gibt Wahnvorstörungen, also in der Hinsicht, dass es noch kein Manifester Wahn ist, eine Wahnwahrnehmung, sondern eben eine Wahnidee ist, eine plötzliche Idee, die auftaucht aus den Gedankenkonstrukten oder sogar Wahneneinfällen. Es könnte sein, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, dass der Baum mir da drüben etwas bedeutet, was unangenehm ist, was auch immer das ist. Das wären Beispiele für Wahnideen oder Wahneneinfälle. Kann unterschiedliche Wahnthemen haben, so viel wir an Gedankenthemen haben oder Begrifflichkeiten haben oder Dinge haben, die für uns als Menschen relevant sind, im Sprachgebrauch und in Denkvorgängen. So viele Themen an Wahn gibt es eben auch, nämlich ganz viele, wobei natürlich einige sehr herausragend und typisch sind für Wahn. Und schließlich kann Eigen oder viertens kann Eigen- und Fremdgefährdend sein. Natürlich, der Wahn ist ja so Außerordentliches als falsche Einschätzung von etwas und daraus resultieren falsche Entscheidungen, dass daraus große Gefahren entstehen für die Person selbst, die also beispielsweise in Panik gerät, weil ihr das Angst macht, weil dieser gemachte oder beeinträchtigende Charakter sehr stark ist oder eben kann auch anderen Menschen schaden, wo man sich dann meinetwegen bedroht fühlt. Und schließlich, fünftens, ist ein sicheres Zeichen einer Psychose, ein absolut sicheres Zeichen von Psychose. Und insofern stimmen hier alle Kriterien. Wahn ist eine schwere inhaltliche Denkstörung, geht auch mit Wahn-Ideen und Wahn-Einfällen einher, kann unterschiedliche Wahn-Themen haben, kann Eigen- und Fremdgefährdend sein und ist ein sicheres Zeichen einer Psychose. Nächste Frage. Zwänge, Doppelpunkt. Wieder hier die fünf Alternativen. Gehen oft in Wahn über Stopp. Werden meist als unsinnig, also dystüm, erkannt Stopp. Können unterlassen werden Stopp. Angst tritt dabei selten auf Stopp. Sind eine vorübergehende Entlastung Stopp. Zwänge, es wird also gefragt nach Zwängen. Zwängen gehen oft in Wahn über. Wir können nicht ausschließen, dass Zwänge auch mit Wahn vergesellschaftet sind und umgekehrt Wahn mit Zwängen, aber sie gehen nicht, ganz sicher nicht in Wahn über. Also jemand, der zwangsgestört ist oder zwangsneurotisch ist, der braucht keine Angst davor zu haben, dass er wahnsinnig wird, auch wenn er das vielleicht manchmal glaubt im Zwang und deswegen ja den Zwang tut. Der Zwang ist ja ein Stattdessen. Wenn Angst auftaucht, Problematik, Konflikthaftigkeit auftaucht, dann tritt natürlich auch das Stattdessen auf. Das heißt, der Zwang, ich muss etwas unbedingt, was ich als unsinnig empfinde, tun und immer wieder tun und das führt dann eben zu einer Entlastung, wie es ja auch dann später hier ausgeführt wird. Also gehen oft in Wahn über ist falsch. Werden meist als unsinnig oder dystüm erkannt. Dystüm in dem Sinne, dass es nicht zu einem gehört, das ist also unsinnig, also von Dysfunktion, von nicht übereinstimmend mit dem Feeling, das man hat. Das ist ja gemeint mit dystüm. Und es ist klar, die Zwänge werden oft als unsinnig empfunden und damit als dystüm erkannt. Sie können unterlassen werden, auch das stimmt, einen Zwang kann ich unterlassen, das ist sehr einfach, muss aber therapeutisch dessen gewahr sein oder der Betreffende muss gewahr sein, dass dann eben die Konflikthaftigkeit, der dahinterliegende, zugrunde liegende Konflikt, die Ängste entsprechend auftauchen, die man dann therapeutisch angehen muss. Angst tritt dabei selten auf, das ist natürlich Quatsch und abwegig, es ist nicht selten hier eine Negation, Achtung, selten auf, sehr wichtig zu berücksichtigen bei der Antwort dabei, sondern Ängste treten natürlich häufig auf, weil der Zwang ist ja ein Stattdessen und das zugrunde, das dahinterliegende ist die Angst. Und schließlich fünftens sind, Zwänge sind eine vorübergehende Entlastung, das ist richtig, Zwänge sind eine vorübergehende Entlastung, sie wirken natürlich vorübergehend entlastend, wenn man einen stattdessen macht und so wird. Das Problem ist natürlich, dass man im Alltag sehr gehindert wird. Es gibt Leute, die haben, meinetwegen Zählzwänge, die kommen aus dem Supermarkt nicht mehr raus, also so gut wie nicht mehr raus, weil sie natürlich sich ständig verspäten und dann nicht mehr klarkommen mit dem Zeitmanagement und so weiter. Also nochmal, Zwänge gehen auf den Wahn über, falsch, werden meist als unsinnig, also dystüm erkannt, richtig, können unterlassen werden, richtig, Angst tritt dabei selten auf, falsch, eine Negation, Achtung auf diese Fragenarten, Antwortarten achten und fünftens sind eine vorübergehende Entlastung, das ist wiederum richtig. Wenn wir zu einer nächsten Frage kommen, dann geht es hier um die Frage, auch hier sind wir noch im Bereich der Elementarstörungen, kommentierende Stimmen, also ein Mensch, der kommentierende Stimmen hört, oder der Begriff kommentierende Stimmen ist, welche Alternative von den fünf, ja, welche sind das? Akustische Halluzinationen, Stopp, Interessante Denkeinfälle, Stopp, Kennzeichen einer schweren Spaltung, Stopp, Kommen bei Alkohol Halluzinose und Schizophrenie vor, Stopp, und werden die als bedrohlich empfunden, Stopp, kommentierende Stimmen, etwas ganz Typisches von Wahrnehmungsstörung oder Halluzinationen, Stimmen hören, sind akustische Halluzinationen, natürlich, das sind akustische Halluzinationen, ist richtig, sind interessante Denkeinfälle, nein, sind keine Denkeinfälle, sondern eben die meistens als bedrohlich und problematisch empfundenen kommentierenden Stimmen, die also meinen, meine Tätigkeit, gerade kommentieren, den Ablauf kommentieren, immer wieder Kommentare bringen zu allem möglichen, so wie wir das jetzt auch bei anderen Menschen haben, sind also keinesfalls interessante Denkeinfälle, Kennzeichen einer schweren Störung, Spaltung, ja, auf jeden Fall, es gilt also sehr schnell so etwas zu erkennen und die Maßnahmen zu ergreifen, damit kein Schaden für die betreffende Person entsteht, nicht, die Grenzhaftigkeit ist ja etwas sehr Wichtiges, über die man sich immer wieder bewusst sein muss, es sind schwere Störungen, leichtere Störungen, mittelgradige Störungen, welche Art von Störung und wie kann ich die dann behandeln, beziehungsweise wie muss ich die delegieren, also Kennzeichen einer schweren Spaltung, kommen bei Alkoholhalluzinose und Schizophrenie vor, das ist richtig, meistens kommen akustische Halluzinationen in Formen der kommentierenden Stimmen bei entweder Schizophrenie vor, also bei zum Beispiel Paranoiden Schizophrenie oder viel seltener vorkommend bei der Alkoholhalluzinose und werden nie als bedrohlich empfunden, schön wäre es, natürlich falsch, sie werden immer wieder als bedrohlich und sehr leidvoll empfunden, das also zu dem Bereich kommentierende Stimmen. Frage Quantitative Kontaktstörungen Wir sind im Bereich der Elementarstörung und hier das Stichwort quantitative Kontaktstörung zeichnet sich aus, eben wenn ich das beschreibe, sind das, wenn du dir selber konstruierst, um das nochmal zu sagen, eben ein Stichwort daraus und das Stichwort soll eben fünf Alternativen bedienen, von denen welche falsch und richtig sind und da soll man natürlich den Wissensstoff erkennen. Quantitative Kontaktstörungen sind, erstens, erstens sind unsinnig, zweitens zeigen Distanzlosigkeit, drittens bedeuten Rückzug oder durch das Phänomen Rückzug bedingt oder hat das Phänomen Rückzug, viertens Misstrauen und fünftens Aggressivität. Da steht zunächst mal diese, wenn wir das in der Rubrik sehen, in der Lerntabellen Rubrik, aber dann auch in dem Fließtext, wo es ausführlicher beschrieben wird, dass es tatsächlich diese Unterscheidung gibt zwischen quantitativen und qualitativen Kontaktstörungen. Das ist in vielen Elementarstörungsdarstellungen nicht der Fall. Und wenn wir die Seite sehen, quantitativ und qualitativ, dann können wir das genau einteilen. Und da steht jetzt tatsächlich die Alternative, die vorgegeben wird. Quantitative Kontaktstörungen sind unsinnig. Das ist natürlich Quatsch, weil Störungsphänomene sind nie unsinnig, sondern sie sind einfach vorhanden. Zweite Alternative zeigen eine Distanzlosigkeit. Tatsächlich, sie zeigen quantitativ als Kontaktstörung eine Distanzlosigkeit. Zum Beispiel bei der Manie. Das heißt also, das Quantum und nicht der Inhalt der Kontaktstörung, sondern eben das äußerlich beobachtbare Phänomen ist, zeichnet sich durch Distanzlosigkeit aus. Drittens, quantitative Kontaktstörungen zeichnen sich aus durch einen Rückzug, also ein Mensch, der sich zurückzieht. Wir beobachten sein Verhalten und tatsächlich, er zieht sich zurück. Also er ist in sich gekehrt, wäre dann das Qualitative. Und tatsächlich, der Rückzug ist ein quantitatives Kontaktstörungsphänomen. Ein Misstrauen als vierte Alternative ist aber sicherlich nicht vorhanden, weil das wäre auch eher etwas Inhaltliches. Und hier ist eben diese Alternative Misstrauen gegeben. Und das Misstrauen können wir zum Beispiel als qualitativen Inhalt einer Kontaktstörung bezeichnen. Das wäre dann also tatsächlich hier falsch. Und schließlich die Aggressivität, ist das quantitativ oder ist das qualitativ? Hier geht es um die Unterscheidungsmöglichkeit und damit das Wiedererkennen von einem Stoff, den man vormals gelernt hat. Natürlich ist Aggressivität ein qualitativer Kontaktstörungsinhalt, nicht? Beispielsweise eben Aggressivität, Misstrauen, Angst, aber auch im autistischen Zustandsbilder Autismus bedeutet, man zieht sich zurück, man ist nur noch in sich, in seiner Welt, während eben das quantitative Kontaktstörungsverhalten zum Beispiel Distanzlosigkeit, Kontaktunfähigkeit, Rückzug, Isolation bedeuten würde. Also hier diese Alternativen. Wenn man sich mal da hineingearbeitet hat und das wirklich auch selbst probiert und macht das auch Freude, wenn man das selber entwirft und nicht nur irgendwelche Bücher hat, wo dann die Aufgaben drin sind und man muss sich daran orientieren, sondern das ist ein echter Lerninhalt selber daraus eben in dieser puristischen Form Multiple-Choice-Fragen zu entwickeln. Das lohnt sich also immer wieder, gerade wenn man einen Stoff zunächst mal ganz unbefangen in sich aufgenommen hat, den vielleicht auch angehört hat, mehrere Male angehört hat, ihn dann wieder selber besprochen hat, Stichworte aufschreibt, Mindmaps macht, was auch immer das ist. Es gibt viel, viel kreative Lernmöglichkeiten, die ein Mensch tatsächlich selber entwickeln kann. Kommen wir zu einer nächsten Multiple-Choice-Frage. Gefragt ist nach der Alzheimer-Demenz. Wir wissen ja, die Demenzen sind also ein wichtiger Bereich aus der F0, im ICD-10 und hier sind eben fünf Alternativen gefragt. Alzheimer, Demenz, zunächst, ich lese zunächst mal vor und sage immer, dass Stopp jeweils wirst du dann dieses Ding aufschreiben kannst, die Kurznotizen gemacht hast, geht also keineswegs darum, dass man immer wieder einen langen Text mitschreibt, was natürlich sehr aufwendig wäre, sondern einfach nur die Fakten, diese Kurzfakten da drin hat. Alzheimer-Demenz, Doppelpunkt. Kurzzeit-Gedächtnis gestört. Stopp. Persönlichkeit verändert sich nicht. Stopp. Muss mindestens zwölf Monate vorhanden sein. Stopp. Beeinträchtigung der Lebensführung. Stopp. Und schließlich fünftens ist heilbar. Stopp. Ich lese nochmal kurz vor. Alzheimer-Demenz, Doppelpunkt. Erstens, das Kurzzeit-Gedächtnis ist gestört. Zweitens, die Persönlichkeit verändert sich nicht. Drittens, muss mindestens zwölf Monate vorhanden sein. Viertens, Beeinträchtigung der Lebensführung. Und fünftens, ist heilbar. Wie gesagt, es sind immer fünf Vorgaben, bei denen man auswählen muss. Wenn das jetzt nicht fünf Vorgaben wären und zehn, sehen diese Kombinationsmöglichkeit wieder anders aus. Eine Alzheimer-Demenz zeichnet sich natürlich erste Alternative durch die typische Kurzzeit-Gedächtnis-Störung aus. Das Kurzzeit-Gedächtnis ist gestört, weil es letztendlich ein zunächst mal nicht haltbares Gedächtnis ist. Es ist also ein eher fluktuierendes Gedächtnis, wenn man es ganz profan formuliert, ein bioelektronisches Gedächtnis, das sich dann im Laufe der Zeit, also auch im Laufe der Lernprozesse immer weiter bahnt und dann ins Langzeit-Gedächtnis übergeht. Und das Langzeit-Gedächtnis ist ja eher auch ein molekulares Gedächtnis, also auch dadurch tiefer verankert in unseren Gedächtnis-Strukturen, während das Kurzzeit-Gedächtnis ein eher oberflächliches Gedächtnis ist, wenn wir so argumentieren. Es ist sehr wichtig, dass man die Alternativen lernt zu argumentieren, warum ist etwas falsch und warum ist etwas wichtig und dazu eben den Stoff assoziiert. Also auf jeden Fall, das Kurzzeit-Gedächtnis ist gestört. Die Persönlichkeit verändert sich nicht. Achtung, das kann man so lapidar überlesen und sagen, die Persönlichkeit verändert sich, dann bin ich vielleicht im Stress, im Prüfungsstress und das sollte nicht passieren, sondern hier ist eine Negation drin. Eine ganz einfache Vorgehensweise, eine Negation zu vermeiden und damit Fehler zu vermeiden, ist, dass man zunächst mal positiv sieht und dann darauf achtet, wie ist genau die Satzformulierung. Und hier eben verändert sich nicht und wir wissen natürlich als Phänomen der Alzheimer-Temenz, die Persönlichkeit verändert sich sehr wohl im Laufe der Entwicklung dieser Krankheit, die ja progredient ist, also sich immer weiter entwickelt und damit auch ganz wesentliche Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen verändert, weil seine kognitive Leistungsfähigkeit und damit emotionale, affektive Steuerung oder eben Kontrolle nicht mehr vorhanden ist oder weniger vorhanden ist, also er auch orient, desorientiert ist, wichtige Personen nicht mehr erkennt und all das führt ja zu einem wirklich desolaten Zustand, der auch die Persönlichkeit dann färbt und verändert. Insofern ist das hier falsch, weil hier steht Persönlichkeit verändert sich nicht. Dann muss mindestens zwölf Monate vorhanden sein, das ist ein wichtiges statistisches Zeitkriterium, das man auf jeden Fall auswendig lernen muss und das ist hier falsch, zwölf Monate, sondern das Zeitkriterium ist sechs Monate. Das ist ja immerhin schon auch ein sehr langes Zeitkriterium. Man könnte jetzt nicht sagen, wenn jemand da Probleme hat, dass er nach einem Monat eine Alzheimer-Diagnostik kriegt. Da muss man also wesentlich mehr Aufwand betreiben, um Diagnose-Aussagen machen zu können. Das bedeutet auch generell, dass man viel Aufwand betreibt, psychiatrischen Aufwand und damit auch Aufwand in der Psychotherapie, in der Diagnosefindung, in der Verdachtsdiagnosefindung, um tatsächlich sagen zu können, da ist jemand gestört oder nicht. Und die meisten Anfänger machen den Fehler, dass sie zu sehr verwertbares Störungsmaterial finden und dann vielleicht auf eine Verdachtsdiagnose kommen. Also das Kriterium wäre hier nicht zwölf Monate, sondern sechs. Also ist diese Aussage falsch. Schließlich eben viertens Beeinträchtigung der Lebensführung. Ganz klar, jemand, der eine Gedächtnisstörung hat, der kognitive Störung hat, der Affektproblematiken hat, der Wiedererkennung hat, der also all dieses Assoziations- und Emotionsgeflecht nicht mehr in den Griff bekommt und nicht mehr steuern kann, der ist natürlich immer mehr in der Lebensführung, in der Alltagslebensführung beispielsweise gestört. Und schließlich fünftens, also eine Aussage, die wahrscheinlich jeder erkennt, sofort und als falsch darstellt, hier ist die Aussage, ist heilbar, natürlich ist Alzheimer-Demenz nicht heilbar, sondern sie gehört zu den Krankheiten, die progredient sind und damit sehr problematisch sind, also letztendlich immer ganz schlimmen Enden. Die nächste Frage, es geht um den Begriff Stimmungsschwankungen. Also nur dieses Phänomen Stimmungsschwankungen, jeder kennt diesen Begriff von Stimmung, ich bin jetzt guter Stimmung, ich bin gut drauf, ich bin schlecht drauf, schlechter Stimmung und natürlich kann die Stimmung schwanken, also an einem Tag ist sie so und am anderen Tag ist sie möglicherweise wieder anders und hier generelle Aussagen dazu, Stimmungsschwankungen, Doppelpunkt. Treten zum Beispiel auf bei Vaskulärer Demenz, Stopp. Gehen oft mit Persönlichkeits- und Aufmerksamkeitsstörungen einher, Stopp. Sind bei häufigen und problematischen Vorkommen immer auch medizinisch abzuklären, Stopp. Sind immer ein Zeichen hirnorganischer Veränderungen, Stopp. Und schließlich, fünftens, kommen auch bei Schizophrenien vor. Ich wiederhole es nochmal, Stimmungsschwankungen und wie gesagt, technisch ganz toll, du kannst vor und zurück spulen, du kannst Stopp einsetzen, dir dasselbe aufschreiben, ist wichtig, dass man dann kurz memoriert, dass man vielleicht auch so in der Stille ist und für sich überlegt im Lernprozess. Stimmungsschwankungen erste Alternative bei vaskulärer Demenz. Zweitens, gehen oft mit Persönlichkeits- und Aufmerksamkeitsstörungen einher. Drittens, sind bei häufigen und problematischen Vorkommen immer auch medizinisch abzuklären. Viertens, sind immer ein Zeichen hirnorganischer Veränderung und fünftens, kommen auch bei Schizophrenien vor. Grundsätzlich Stimmungsschwankungen, nicht? Also die Stimmung ist ja etwas Wichtiges, ein wichtiges Bild unserer mentalen Zustände und hier eben tatsächlich die erste Alternative bei vaskulärer Demenz. Eine vaskuläre Demenz ist eine Demenz, die durch Blutgefäßstörungen im Hirnbereich bedingt sind, also die Blutgefäße im Gehirn. Wir haben hier besondere Situationen, wir haben zum Beispiel eine Bluthirnschranke, aber wir haben eben auch die Versorgung des Gehirns durch Gefäße und Gefäße können zerbrechen, Gefäße können platzen, Gefäße können Hirngefäße, also Blutgefäße können verstopfen und so weiter und machen dann in der Folge zum Beispiel eine demenzielle Krankheit, eine demenzielle Störung aus, also ein Schlaganfall, Hirnmassenblutung, die Hirntraumatisierung, also ein Unfall, Schädel-Hirntrauma und solche Dinge können vaskuläre Demenzen auslösen. Und tatsächlich, Stimmungsschwankungen sind ein wichtiges Phänomen der vaskulären Demenz. Zweite Alternative gehen oft mit Persönlichkeits- und Aufmerksamkeitsstörungen einher. Natürlich verändert sich daraus dann auch in der Folge bei einer so gravierenden Störung, also ein Schlaganfall, daraus entwickelt sich eine Gedächtnisstörung, daraus ergeben, entwickeln sich kognitive Leistungsstörungen, emotionale Regulationsstörungen und dadurch verändert sich dann auch die Persönlichkeit. Insofern ist diese zweite Alternative richtig. Drittens sind bei häufigen und problematischen Vorkommen immer auch medizinisch abzuklären. Das heißt, wenn ein Mensch Stimmungsschwankungen hat, dann ist es ganz wichtig, das zu untersuchen, zu diagnostizieren, zu testen und all das, was dazu gehört, also wenn es sein muss, sehr, sehr, sehr umfangreich und zu sagen, was ist denn die Ursache dafür. Dann könnte man sagen, wir müssen das natürlich immer körperlich abklären, es könnte eine hirnorganische Beteiligung sein, es könnte aber auch eine andere Krankheit oder Störung hier differenzial diagnostisch in Frage kommen. Also das wäre richtig, sind immer abzuklären. Und natürlich sind immer, vierte Alternative, immer ein Zeichen hirnorganischer Veränderung. Der Schwerpunkt ist hier, sind immer ein Zeichen hirnorganischer Veränderung. Das können wir nicht sagen. Das ist eine Möglichkeit, dass das eine Ursache hat, hirnorganisch verändert zu sein, also als Ursächlichkeit dafür, aber es kann eine andere Störung sein, die Stimmungsschwankungen tatsächlich ergibt, meinetwegen im Stress oder in einer Traumatisierung oder als Folge einer, meinetwegen, posttraumatischen Belastungsstörung oder akuten Belastungssituationen oder einer anderen, schwereren psychischen Störung. Das können wir nicht ausschließen. Und insofern wäre das hier falsch, sind immer ein Zeichen hirnorganischer Veränderung. Und schließlich, fünftens, kommen auch bei Schizophrenien vor. Natürlich kommen Stimmungsschwankungen auch bei Schizophrenien vor, bei Psychosen, also hier in dem Fall, wenn wir es triadisch betrachten, endogenen Psychosen. Und insofern ist das wichtig zu berücksichtigen. Das heißt also, wir recherchieren hier immer, wenn wir nicht genau Bescheid wissen, was ist so, wo kommt Stimmungsschwankung vor. Und dann haben wir eine Menge Informationen, damit eben auch konkreter Störungsbilder, mit denen wir umgehen können. Die nächste Multiple-Choice-Frage. Hier ist das Stichwort Morbus-Pick. Morbus-Pick, wieder die fünf Alternativen, ist eine frontotemporale Demenz. Stopp. Mit eher spätem Beginn, also jenseits des 65. Lebensjahres. Drittens, kann starke Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Viertens, neurochirurgisch behandelbar. Und fünftens, geht mit sexuellen Anzüglichkeiten einher. Oder geht oft, sind wir großzügig, mit sexuellen Anzüglichkeiten einher. Morbus-Pick nochmal durchgehen. Erstens ist eine frontotemporale Demenz, wird also auch frontotemporale Demenz genannt. Zweitens, mit eher spätem Beginn, also jenseits des 65. Lebensjahres. Drittens, kann starke Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Viertens, neurochirurgisch behandelbar. Und fünftens, geht oft mit sexuellen Anzüglichkeiten einher. Ganz klar, Morbus-Pick ist eine besondere Demenz, die sich dadurch auszeichnet, dass sie vor dem 65. Lebensjahr beginnt und einen typischen Verlauf hat, der eher kürzer ist als beispielsweise eine Alzheimer-Demenz. Das wäre die zweite Alternative, die ist richtig. Also Quatsch, gehen wir nochmal durch, Entschuldigung. Ist eine frontotemporale Demenz tatsächlich eine Demenz, die sich dadurch auszeichnet, dass der Hirnabschnitt, also der frontale Hirnabschnitt oder seitliche Hirnabschnitt, also fronto, vorne und temporal des seitlichen Hirnabschnittes Großhirns betroffen ist. Und es ist tatsächlich eine frontotemporale Demenz und das Hirn organisch untersuchen, wäre also richtig die erste Alternative. Die zweite, mit eher spätem Beginn, also nach 65, ist falsch. Das ist vor dem 65. Lebensjahr. Und drittens, kann starke Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Da überlegst du vielleicht ganz kurz und denkst so, ja, ist das möglich? Persönlichkeitsveränderungen, die hier vorhanden sind. Und natürlich, klar, wenn du jetzt das recherchierst, beispielsweise, du hast es nicht genau gewusst, dann guckst du nochmal nach, was ist das Phänomen. Und schon siehst du, es kann natürlich starke Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Dann viertens, neurochirurgisch behandelbar. Es ist so eine Wischi-Waschi-Aussage, mit Neurochirurgie kann man viel machen, aber ganz sicherlich nicht eine Demenz, beziehungsweise hier die konkrete Demenz, Morbus Pick, behandeln und damit heilen und so etwas. Insofern ist das falsch, die vierte Alternative. Und fünftens, geht mit sexuellen Anzüglichkeiten einher oder oft mit sexuellen Anzüglichkeiten einher. Und das ist richtig. Das ist so ein typisches Beispiel, wie wichtig unsere kognitive Fähigkeit ist, auch unsere Triebe zu steuern, unsere Bedürfnisse zu steuern, Bedürfnisse, Triebe in dieser Einheit, die da sind und damit eben auch eine Sexualität. Sexualität möchte immer wieder reguliert werden und das funktioniert hier immer weniger bei einem Morbus Pick. Insofern zeichnet sich das Phänomen oft auf, dass da so ein Mensch einfach auch sehr anzüglich ist auf einer Pflegestation meinetwegen und das muss also ein Pflegepersonal wissen, um damit umgehen zu können und auch sehen, dass es eben jetzt nicht eine besondere Anmacher ist, sondern eben auch bedingt ist durch diese Störung, die vorhanden ist. Die nächste Frage lautet Stichwort Hirnblutungen Hirnblutungen Doppelpunkt 5 Alternativen 1. Können zu Amnesien führen Stopp 2. Führen auch zu Orientierungsstörungen Stopp 3. Werden durch abbildende Verfahren verifiziert Stopp 4. Können auch traumatisch bedingt sein Stopp Und 5. Sind meist ohne weitere Folgen Es geht also um das Phänomen von Hirnblutungen, die vorkommen können, zum Beispiel bei Schlaganfällen, bei Traumatisierungen, Verletzungen und die typischen Phänomene, die eben dann richtig oder falsch sind. Erstens können zu Amnesien führen. Natürlich können Hirnblutungen, meinetwegen Hirnmassenblutungen oder Teilbereiche, in denen Hirnblutungen vorliegen, zu Amnesien, zu Gedächtnisverlust führen. Das ist also richtig. Zweitens führen auch zu Orientierungsstörungen. Natürlich können sie auch zu Orientierungsstörungen führen, weil die Gedächtnisfunktion ist so grundlegend wichtig für unser Leben. Also ein kontinuierliches Gedächtnis zur Not, ein erfundenes Gedächtnis zu haben, als eben daraus resultieren, zum Beispiel auch eine Orientierungsstörung zu haben. Es ist ja ganz klar, unsere Orientierung in Zeit und Raum und Ort und Situationen und Personen ist was Grundlegendes. Also dieses ZOSP-Schema, Zeit, Orientierung, Situationen und Personen als Orientierungsstörungsphänomene. Und das ist eben so eklatant, durch eine Amnesie, dass das auch passieren kann. Und somit hat jemand dann eine Orientierungsstörung durch eine Hirnblutung in ihrer Ursächlichkeit. Drittens werden durch abbildende Verfahren verifiziert. Ja, die abbildenden Verfahren sind etwas Grundlegendes in der heutigen Zeit. Also mit einem CT, mit einem MRT und anderen Abbildungsverfahren hineinzuschauen, immer weiter, immer tiefer hineinzuschauen in die Örtlichkeiten der Physiologie und der Anatomie und zu sehen, guck mal, hier sind typische Merkmale in der Abbildung, die auf eine Hirnblutung hinweisen. Diese Verifizierung ist also sehr wichtig. Viertens können auch traumatisch bedingt sein. Natürlich, Hirnblutungen können durch ein Schädelhirntrauma bedingt sein. Das ist damit gemeint, also auch richtig. Und dann eben die fünfte Alternative sind meist ohne weitere Folgen. Das ist natürlich Quatsch, weil eine Hirnblutung könnte, wir können es nicht vollkommen hundertprozentig ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hirnblutung weitere Folgen nach sich zieht, ist sehr gegeben. Und insofern hier, die Alternative falsch sind, meist ohne weitere Folgen. ist also dann tatsächlich so zu beantworten in der Händsicht. Die nächste Frage, Multiple-Choice-Frage, gefragt ist nach dem Begriff Delir, Delir-Doppelpunkt. Wieder unsere fünf Alternativen. Erstens ist das Delir ist eine akute Erkrankung, die bedrohliche Ausmaße annehmen kann. Stopp. Zweitens entsteht auch durch Erkrankung des ZNS, also des Zentralnervensystems. Dann kann auch bei Fieber entstehen. Stopp. Viertens ist wegen vegetativer Entgleisungen auch lebensbedrohlich. Stopp. Und schließlich fünftens kann durch Hypnose gut beherrscht werden. Nochmal durchgehen, das Delir-Doppelpunkt. Erstens ist eine akute Erkrankung, die bedrohliche Ausmaße annehmen kann. Natürlich ist das Delir eine akute Erkrankung, die sehr bedrohliche Ausmaße auch annehmen kann. Also die berühmte vegetative Entgleisung, die passiert. Das ist dann das, was vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes entgleist, ohne medizinische Behandlung, ohne medizinische Eingriffe. Insofern ist das Delir immer ein wichtiges Merkmal von Phänomenen, die auftauchen, die man in Sicht haben sollte, um damit die Maßnahmen zu ergreifen, die wichtig sind. Denn das Delir kann tatsächlich eine Herz-Kreislauf-Problematik nach sich ziehen, in dem Sinne einer vegetativen Entgleisung. Und endet zum Beispiel durchaus auch beim Alkoholentzugs-Delir oder bei dem Drogenentzugs-Delir bis zu 10, 20 Prozent der Fälle tödlich ohne die medizinischen Maßnahmen. Insofern etwas sehr Wichtiges, das man wissen muss. Zweitens entsteht auch durch Erkrankung des zentralen Nervensystems Natürlich, ein Delir kann auch neben anderen zahlreichen körperlichen symptomatischen Ursachen, Krankheitsstörungsursachen, unter anderem durch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, entstehen. Also ein Delir hat ja vielerlei Ursächlichkeiten im Körperlichen begründet. Und dann eben die Alternative kann auch bei Fieber entstehen. Natürlich, die typischen Bilder eines Delirs, eines Fieber-Delirs sind bekannt und durchaus auch problematisch. Das ist ein Grund, warum man auch bei Kindern, die durchaus zu hohem Fieber neigen können, tatsächlich mit Fiebermitteln arbeitet, wie Ibuprofen und so weiter, und die eine segensreiche Wirkung entfalten. Viertens ist wegen vegetativer Entgleisungen auch lebensbedrohlich. Natürlich ist das Delir dann wegen der vegetativen Entgleisungen lebensbedrohlich. Auf jeden Fall der medizinische Eingriff, der notwendig ist. Und fünftens kann durch Hypnose gut beherrscht werden. Schön wär's, aber so ist es nicht. Hypnose ist ja nur ein besonderer Bezug, eine besondere Kommunikation. Er hat viele, viele heilsame Eigenschaften, aber garantiert nicht bei einem Delir. Also ein Delir muss ich, das können wir aus all dem Schlesen sehr gut erkennen können, mit seinen psychotischen Symptomatiken wie Wahn oder wie eben Halluzinationen und hier ganz häufig optischen Halluzinationen den vegetativen Erscheinungen und diesen besonderen psychischen Zuständen, die durch das Delir tatsächlich bedingt sind. Wenn wir die jetzt nochmal angucken in der Symptomatik, dann haben wir Bewusstseinsstörungen als Leitsymptomen, Störungen der Aufmerksamkeit und der Auffassung. Wir haben kognitive Störungen, also Störungen des abstrakten Denkens. Wir haben ein sehr inkohärentes, unzusammenhängendes, allogisches Denken. Wir haben Gedächtnisstörungen, wobei im Bereich des Immediat- und Kurzzeitgedächtnisses wir haben Wahrnehmungsstörungen als psychotische Merkmale der Halluzinationen. Wir haben Wahnideen, die möglich sind. Wir haben Orientierungsstörungen. Wir haben psychomotorische Störungen. Und hier ist die Schnittstelle der vegetativen Störungen, zum Beispiel Nesteln, also dieses, wie fußlich, faslich sein, agitiert hat, stark agitiert hat, affektive Störungen wie Angst, Depression, Euphorie, Apathie. Wir haben gestörten Schlafwachrhythmus und schließlich die vegetativen Störungen bis hin zu den Herz-Kreislauf-Problematiken, die auftauchen können. Wenn wir weiter schreiten in der nächsten Multiple-Choice-Frage in den Bereich Schizophrenie hinein, also in einen Bereich hinein, den wir dann in den weiteren Podcast-Folgen noch auch erörtern werden. Und hier ist gefragt nach der Schizophrenie. Die Schizophrenie ist Doppelpunkt. Immer eine ernstzunehmende und problematische Krankheit. Stopp. Löst kaum Leidensdruck bei Angehörigen aus. Stopp. Hat mehr optische als akustische Halluzinationen. Stopp. Kann durch Elektro-Krampf-Therapie gut in den Griff bekommen werden. In den Griff bekommen zu sein. Und schließlich wird mit hochpotenten Medikamenten die Haldol behandelt. Es geht also generell um das Phänomen Schizophrenie, wie wir es in der F2 dargelegt haben, im ICD-10. Erste Alternative ist immer eine ernstzunehmende ernstzunehmende und problematische Krankheit. Also der Verdacht auf Schizophrenie ist von Therapeuten immer ernstzunehmend und durchaus sehr gefährlich und problematisch. Stichwort Suizidalität. Stichwort Eigen- und Fremdgefährdung. Also immer sehr wichtig, wenn der Verdacht da ist. Zweitens, also richtig, diese Alternative. Zweitens, löst kaum Leidensdruck bei Angehörigen aus. Hier wieder die Negation. Natürlich löst es bei Angehörigen auch Leidensdruck aus. Und seitdem, dass man in der Folie adieu selber gefangen ist, vorübergehend in dieser Störung, weil man eben so nah bei dem anderen ist, dass sich Wahn durchaus auch überträgt. Und insofern löst es Leidensdruck aus und nicht kaum in der Negation. Also diese Alternative wäre hier falsch. Und dann eben hat mehr optische als akustische Halluzination. Das ist falsch, weil Schizophrenie hat in erster Linie akustische Halluzinationen wie Stimmen hören, kommentierend, dialogisierend oder imperativ befehlend. Viertens, kann durch Elektro-Krampf-Therapie gut in Griff bekommen werden. Also das ist nicht der Fall. Das ist so das klassische Bild, auch die Angst, die viele Menschen haben, EKT, die ja durchaus ihre Wichtigkeit hat, auch in der gegenwärtigen Psychiatrie. Meinetwegen bei schweren, nicht sonst ansprechenden Depressionen ist eine EKT durchaus eine gute Möglichkeit, eine therapeutische Möglichkeit, aber eben nicht bei der Schizophrenie. Und eben die fünfte Alternative wird mit hochpotenten Medikamenten, sogenannten hochpotenten Neuroleptika oder hier eben Medikamenten wie Haldol behandelt. Das ist wiederum richtig. Geunktional ist hier ab und